Hallo, hier in Bremen, wo ich wohne, blüht derzeit der Rhododendron, was sehr schön ist. Bremen ist ja bekannt für seinen Rhododendron-Park und man findet ihn auch sonst sehr oft in der Stadt. In Korea gibt es nicht so viele Sorten wie hier in Bremen. Eigentlich ist der Rhododendron kein typisches Tischmalerei-Motiv, obwohl er aus China stammt. Aber zurzeit sehe ich so viele dieser Planten, da habe ich Lust, sie als Tischmalerei umzusetzen und euch zu zeigen. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!